. Was soll das? Ich suche Arbeit. Ja. Suche Arbeit. Nee, nee, das geht nicht. Wo betäne ich das Band? Das Band? Ich muss bitte an die Karte. Also, ich muss sie aufklären, ich habe eine Wette verloren. Nein, das darf man nicht machen. Darf man nicht machen? Nein, nein. War aber schade. Naja, geht nicht. Wir haben das Wette, aber wie kommt man jetzt? Aber allgemein, wo kann ich das Band drin hin? Da vorne mit dem Fuß drücken. Hier. Aber bitte nicht, ich kann einen Wacken brauchen. Haben Sie ein bisschen Zeit? Nein, ich lasse Sie wieder her, okay? Okay, danke schön. Was machen Sie da? Bitte einmal runter. Ich kann Ihnen Hausverbot dafür geben. Bitte runter vom Band. Ich kann Sie wirklich dafür aus dem Laden mehr erfahren. Ich kann Sie wirklich dafür aus dem Laden mehr erfahren. Ich muss jetzt mal eine andere Frage stellen. Garantiert nicht. Garantiert nicht mehr. Wir haben Bewegungsmelder hier, das heißt, sie machen bloß das Ding auf, dann geht der Alarm los und sie dürfen dann in so einem 9.00 Meter einschauen. Können Sie fragen, dass Sie nicht holen? Ne, das darf man nicht. Keine Chance. Da sagt mein Chef, mein Chef kann fragen, der sagt dann garantiert man. Garantiert nicht. Ne, das geht gar nicht. Können Sie den Chef gar nicht mal fragen, aber der will den nichts anderes sagen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!